hallo und herzlich willkommen zurück zu lego fortnight jetzt muss ich doch mal die beiden verschiedenen neuen sachen ausprobieren also neue welt bisher waren die letzten updates waren nur sowas für neue spieler also verbesserungen für neue spieler alles einfacher und man muss nicht mehr gründen da frage ich mich wo sind jetzt meine ganzen stunden hin wenn ich das auch einfach wenn ich das auch einfacher haben hätten könnte schwierig wir machen eine neue welt und zwar so erstellen jetzt haben wir hier neuer welt laut ja kann ich auswählen cosi dann haben wir zur weibel sandbox und expert wir gehen auf survival jetzt kann ich hier einiges einstellen feinde an schwierigkeit von feinden ich mache das mal richtig cosi einfach sturm wilde feinde die mache ich aber naja die lasse ich aus ne hunger und so ne 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 warte warte ich mache das so wie es wie die das wollen wie es born was gibt es denn hier aus oder dauerhaft was das sehr dauerhaft ok wie es schon klar ähm hauren macht das ding cosi würde ja nur gucken wie es abgeht diese musik bei mir kommt immer die gleiche musik obwohl ich das random eingestellt habe aber naja was willst du machen einfach hinne ok und jetzt sind wir schon online ok die basis von farbenbomber hier gibt es direkt eine basis nicht dein ernst was ist das hier dorfzentrum möglichkeitslevel 2 belohnungen ok baue ein dorfzentrum habe ich doch gar nicht gebaut was ist denn hier für ein ding das ist eine kleine drohe ach nee die kriege ich warum ein einhorn warum farbenbomber dein ernst gibt es hier vielleicht sogar eine werkbank oder sowas da gucke ich mal also es gibt hier ach man alles rosa rot was weiß ich denn das ist doch nicht euer ernst lego das ist nicht euer ernst so und jetzt kann ich hier eine werkbank bauen oder starte mit dem bau werkbank drei holz 33 holz kein problem kriegen wir vier holz was war das andere drei steine stein eins kann ich schon sägewerk bauen zwei und das ein schweinchen ja ich kann mir vorstellen dass das für neue spiele ganz gut ist wenn sie hier so ein hippie außer wer macht das fünf steine ok gut ja ich wollte gerade die dingens auslösen ja ja mach mal levelaufstieg 52 mit einer werkbank ok ist ja alles drin wackel konditionsglücksbringer sind drin die kosten ja gar nichts schwert ist drin jagddeutsch und spitzhacken ok äh bombeaufträge warte 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 wie war was hier bombeaufträge da du hast aufträge ja ok 2 von 18 was soll ich jetzt machen p farmbombardorf finden das mal an ok sammle spiegeleier wie soll ich denn spiegeleier sammeln interagiere mit farbenbombas level 2 dorf und war werte es auf werte es auf kann ich das jetzt aufwerten kann ich gar nicht wie werde ich das zentrum hier aufwerten euch dafür bergbank stelle eine fackel her stelle eine fackel her ok gut mache ich mal stelle eine fackel her das sollte ja nicht so schwierig sein da fackel rankenholz hier kriege ich beides raus so stelle eine fackel her habe ich gemacht auftrag abgeschlossen neues baurezept grill jetzt schon ok das ist wirklich cozy moment wenn ich will mehr aufgaben lass uns ein paar spiegeleier machen in dem haus ist ein grill an dem du sie zubereiten kannst ich soll drei spiegeleier machen im haus ist ein grill wo war denn der grill da ist ja alles schon da spiegeleier kann ich die machen also das ist ja super einfach ich glaube fünf bis sechs jährige könnten das machen dein ernst okay wir gucken nur mal kurz durch und morgen machen wir dann sei hart nur mal so okay fertig nehmen auftrag beendet und nun interagiere mit armenbombas mit sollen mit ihr interakt wo waren jetzt hier der ausgang hallo wo war der ausgang da ist ein ausgang wo ist farbenbomber hier somit ihr interagieren okay ich kann sie ausrüsten wenn wir unser dorf aufrüsten würden ja das verbesserte dorf zieht mehr bewohnerin also ich soll irgendwas essen habe ich gemacht jetzt das dorf aufwerten hier gibt es ich verstehe es nicht zentrum ein spiegelei müdlichkeit stimmt da ich brauche noch holz und granit holz und granit holz ist hier nein ich essen kaputt schlagen geht nicht geht nur bei den birken okay warte mal wird da mit blastern geschossen hallo bin gerade jetzt hier eingezogen das sind die sturmtruppen hilfe sturmtruppen greifen an was mache ich das was ist das ein auto so was fehlt noch acht holz was war das andere ein granit acht holz ein granit los macht die kaputt ein granit acht holz eins zwei nein drei vier ne holz hatte ich hier noch ne ja ja granit fehlte hallo moku 2 3 4 5 ich bin schon weg spinne ich bin weg sollte ich wieder von vorne anfangen ich glaube nicht ne so jetzt kann ich das doch machen ne nein ich brauche 10 granit Leute macht die kaputt 10 brauchte ich jetzt habe ich was 5 5 ich muss halt sammeln ja gut das ist natürlich jetzt doof wenn hier die sturmtruppen angreifen ne ah man jetzt geh doch mal weg wolf ich habe keine chance gegen dich das weiß ich es gibt keine ausdauer nein jetzt kommen noch skelette äh schwierig 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 ähm warte ich kann ich eine spitzhacke bauen eine spitzhacke aua hau ab barmbomber hallo hilf mir hier was ist das hier achso holz hau ab digger immer darin für zu so entdeckung für zu jetzt warte ich ab das kann ich bauen ein dorfplatz ich habe doch ein dorfplatz was hau ab ich habe ihn noch ein gekriegt nahrungsverarbeiter ich will das hier aufbessern das müsste reichen ja ich finde es ist einfacher für neue spieler das ist wohl war dorf aufwerten sehr schön jetzt habe ich einen spitzeren bilder stehen das lichter hinten wie sieht es denn hier aus alarm ist dann hier passiert das kann ich nicht hallo ich stecke fest wieso stecke ich fest was wird würde ich mit 11 er kommt dahin egal was ist denn hier passiert es ist die frage soll ich hier weitermachen aber das ist cosy gedöhnt ich kann das fernglas machen was brauche ich für das fernglas wenn ich das fernglas der werkbank machen ne ne vater dann brauche ich ja das andere teil das ding ne holz und plastik was brauche ich jetzt ein sägewerk ein stall rekrutiere ein tier ok ok ich brauche eine waffe hallo ich brauche schwert was hast denn hier das ding ist noch nicht fertig eine waffe weapon schwert kurzschwert holzstäbe geht nicht also muss ich erst mal das ding bauen ich brauche nur holz und kann nicht die holz und kann nicht ja genau das dann holz geht ja nicht muss das mit der hand machen in kann ich nicht ok da muss ich das holz hier rausnehmen naja da war was das ist schon jahrzehnte her nehme ich mit nehme ich mit ist eine spitzeuge die ist wahrscheinlich total kaputt so ok wir haben ne wasser da drin werkbank aber wir machen uns ein kurzschwert machen wir nicht haben wir brauchen nämlich erst kann nicht ja ja alles klar granite der gegner da unten so das ist jetzt hier cosy gut im star wars event vielleicht nicht ganz so cosy mäßig aber naja so ein bisschen cosy er damit die werkbank wo kommt sie hin basis von farbenbomber wo war ich denn meine näher haben die last dass ich ne ich will hier nicht wohnen das ist nein das nix für mich das ist gar nichts für mich was kann ich das vielleicht hier einbauen sägewerk ja mache ich mal so sägewerk kommt so jetzt mache ich holzstäbe keine ahnung woanders denn nix für was habe ich denn viel holzstäbe gebraucht keine ahnung nein hier will ich nicht rennen ah guck so kann jetzt äxte bauen das ist ja alles wenn jetzt kein star wars event wer ist das ja viel zu einfach finde ich und stall rekrutiere ein tier wie soll ich das denn waren nutze tierfutter okay warte ich guck kann ich denn schon ich brauche eine fackel um lagerfeuer zu machen okay tierstall was ist wenn ich den bau ich mache mal zehn planken kann ich zehn machen aber erst mal fünf so sechs so so sieben acht neun zehn ich mache zehn planken wird dann vielleicht wofür ich wesentlich länger gebraucht habe wird dann vielleicht denkens freigeschaltet der komposter man weiß es nicht ne ich warte bis die zehn durch sind so nehmen neu inventar wandhalterung blablabla moment nein warte mal wie war das jetzt mit dem ihr futter war das da drin ne oder hier tierfutter drin glaube nicht aber egal das wird gebaut ja ans eck köder einmal okay ich brauche ja tierfutter wenn du das ding bauen mit 10 blanken deshalb wollte ich die 10 blanken ich wieder weg habe ich ja nur gebraucht würde ich das hier in dann kommt sie rausnehmen so zack neues tierfutter okay und die futter mache ich wo mache ich tierfutter der werkbank möchte ein tierfutter die waren das hier drin tierfutter wo war tierfutter was voll irre es gibt keine ausdauer hier ja das ist wirklich cosy ne 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 so nicht hau ab ich will das aufmachen hier alles aufgenommen was war das eine schaufel ja genau wo ist mein zu hause hilfe mit schießen ihre auf mich aber ich kann ja die streicheln und die milch nehmen die auch trinken ab jetzt weiß ich nicht mehr wo mein zu hause ist das war hier oben ja genau spinnen sehr gut das ist hilfe die richtung war ist eine höhle ja aber da gehe ich nicht rein nee zurzeit nicht oder muss genau entgegengesetzt zu dem einhorn es kalt da will ich nicht hin ein jetzt ja stimmt doch die richtung aber ich auch ab digga natürlich kaputt habe ich noch einen mit ja damit so und jetzt würde ich gerne nach hause gehen ja alles klar so war aber ich habe sogar in cosy im problem normal bin gar nicht da ich bin ich da wird dann die falsche richtung unterwegs das stimmt da oben ist es doch kein ausdauer abzug ok hilfe muskelkader machen hau den blatt ja sehr gut ok das war hier cosy ding bums so fängt es an soll ich hier weitermachen wenn ja schreibt es in die kommentare wir sehen uns dann morgen nochmal bis dahin gehabt euch gut und tschüss was sie gehen dann sie Vielen Dank.